... Hallo, Sie machen das? Ganz genau. Einfach? Ja. Für die Kinder zu spielen. Ja. Spielen. Spielen mit Papas Caravan. Ja, genau. . Istxic? Ich fand die Irgendwas war da, weißt du, wo man geht. Genau, das sieht man dann hier. Das ist das gleiche wie drüben, nur mit den zwei hydraulischen Stützen. Und der bringt es dann komplett in das Wasser. So wie er jetzt auch im Wasser ist. Was muss ich immer noch selber machen? Das wird auch automatisch. Zwei Stützen? Das wird alles komplett, also erst fahren wie hinter. Okay, es sind jetzt nur zwei, das sind vier. Mir ging gerade zu dem Kopf, wie das mit zwei funktioniert. Okay. Insgesamt sind es sechs. Zwei hat vier mechanischen Stützen. Zwei hydraulische. Hat eine Minute gesauert, jetzt habe ich gekostet. Da stehst du doch sicher. Wir fahren erst die vorderen zwei Fahrer runter. Dann die hinten. Dann die Frauen. Das geht alles automatisch. Alles automatisch. Das sind ja Damenmodelle. Ergonomisch. Die wissen gar nicht, wie viel wir von denen kommen. Das ist ja auch nicht. Das ist ja schön. Hallo. Ja, warum ist das denn? Hallo. Ja, warum ist das denn? 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 Ja.